Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter mit Minininjas. Wir dringen hier so langsam in das Schloss ein, nachdem wir unsere Freunde Futo und Susume wieder gefunden haben und gerettet haben und naja also wir sind hier so ein bisschen irgendwie sehr im Feindesgebiet. Viel Spaß beim Video. So, dann schauen wir mal. Ich glaube da hinten rüber ist besser. Das war knapp. Was hast du? Ah, man kann auch den Sample leihen, vor allem nicht. Aber wir retten doch lieber noch ein paar Tiere hier. Und nimm die Statue mit. Oh! 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 Oh. Oh! Oh! Wir können doch jetzt... Nicht so ganz das, was ich geplant hätte. Aber gut, weil ich habe ja hier noch ein Häschen vergessen. Okay, ich nehme sie bitte. Das war's. Die Kameraperspektive in den linken nervt ein bisschen. Also so ein bisschen dumm sind die schon echt. Die Kameraperspektive in den linken. Die Kameraperspektive in den linken. Fehlt ein kleines Stückchen fürs Level ab. Oh, da ist es. Bam! Gesundheitsbonos. Du hast ein extra Herz erhalten. Auch nicht schlecht. Riff. Achso, die machen Training. Oh, das ist es natürlich. Praktisch. Machen Sie! Nach diesem kleinen Stealth-Effekt... ...Aspekt... Das war auch nicht das, was ich wollte, Leute. Okay. Okay. Nicht springen. Auch sammeln. Mhm. Mhm. Oh, 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 oh. Kurzer Prozess. Hm, sonst was? Ne, ne? Guck sie nicht da. Oh. Blöden Sperrträger. Guck sie nicht da. Okay, ich schaff da nicht genug Sprünge. Da ist auch zu. Hm. Ich muss hier frontal arbeiten. Oh. Oder auch nicht. Hm. 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 Oh. 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 Das ist nur, falls man runter fällt scheinbar, oder? Na gut, dann halt Frontalangriff. Ayo cool. Easy. 28 Münzen haben wir hier fast alle zwei Kätzchen übersehen äh Tiere äh äh oh 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 shit ja klar ja ja das meine ich wohl an dieser Stelle ist es aber Zeit mich zu verabschieden ich hoffe ihr hattet Spaß wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin habt viel Spaß hinterlasst gerne Kommentare und bis denn ciao 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 ciao